Bei uns ist es so, dass Beförderungen völlig egal, ob Frauen oder Männer, immer transparent und immer gleich passieren. Das Gleiche gilt auch für das Geld, für die Provisionen. Die sind immer, wie gesagt, identisch für Frauen und Männer. Das hat einen riesengroßen Vorteil, gerade auch für Familien. Wir haben keinen Gender Pay Gap.